Hey Leute und herzlich kommen und Hä? Können wir das bitte als Intro nehmen? Bitte, bitte, bitte Ach, mach, wenn du magst Was ist denn jetzt los hier? Ja, ich hab grad zwei Nee, hab ich gar nicht, ich hab eigentlich ein Video nur aufgenommen Aber ich hab so auf meine Anmod machen müssen Und hab so auf meine Anmod gehört und dann Ja, ist halt einfach scheiße Ich hab grad echt black aus und wusste Absolut, ich wusste halt nicht mehr mehr, was ich Sagen soll Hey Leute und herzlich kommen zu einem neuen Video auf unseren Kanälen, hätte ich vielleicht sagen können Aber ja, ich bin grad selber ein bisschen broken Shit, aber egal So, ihr seht schon unsere zwei coolen Autos hier Vom letzten Mal auch noch Mein King mit der guten Schweizer Flagge und ich mit der YouTube Gaming Partner Flagge Und wir haben alle coole Autos Und coole Reifen Ja, naja gut, ich würde sagen, wir spielen Alles klar, ich sehe einfach nichts mehr Hä, warum ist mein Game, hat sich grad Im Hintergrund verschoben, alles klar Ich sehe einfach nichts mehr Ich hab kein A mehr, ich hab kein OBS, ich hab einfach Black Screen Grad gehabt Ganz kurz Nice, das ist geil Wo ist OBS? Das ist geil Das ist OBS, hat OBS aufgenommen? Ja Gut Was wollen wir machen, wir spielen erstmal gegen Leute, ne? Ja, ja Stimmt, wir sind ja auch, wir sind blau Wir sind blau, ja Jetzt hab ich ein grünes Auto und rote Reifen Ich hab auch ein grünes Auto, aber grüne Reifen Ich will aber rotes Auto sein Boah, das fühlt sich immer so lang Yo, clean, Alter Ja, war nie weg, Alter Ja, wirklich So sollte das aber bei Challenges laufen Ja, Leute Ihr habt schon gehört Stichwort Challenges Wir haben was geplant Oh mein Gott, Alter Oh, scheiße Doch, doch, doch Der kommt Brett, der kommt Du musst regeln Ja, schade Ich kann mit der Ballkamera gar nichts Nicht? Ich spiel immer mit der Ballkamera Ich spiel, ich spiel, nein Ich spiel immer mit der anderen Ja, Bruder Das Tor war jetzt nicht unbedingt schön Mensch, ich skipp jetzt Danke Oh, nee Er war nie weg Na, Michael, du passt denn vor das Ich pass auf Alles gut, alles Nicht, du passt, sondern Du passt auch, sondern Du passt Oh Achso Passt den Ball Geh auf für unser Tor Immer wieder gerne Oh ja, bring rein, bring Ja, ja Ja Nein, ich bin daneben gesprungen Oh mein Gott Ja Ich hab dieses Tor so abgestoppt In der letzten Sekunde Es gibt noch so einen geilen Clip von uns Das heißt aber das beste Tor ever Bro, ich bin einfach so daneben gesprungen So traurig Ich hab nur noch so den letzten Den letzten Hit gegeben Oh, oh, oh Was? Holy shit Das war risky Ich hätte den so Ich hätte den so easy Saven können Und du schießt einfach so gefühlt Auf unser Tor noch drauf Ja, hab ich auch Aber er ist halt an den Posten Und dann wegge-jeetet Aber ich glaube, es war auch so ein bisschen Unsere Rettung Ja, besser ist das Oh ja, den nehm ich Den hol ich, den hol ich sowas von Oh, nee Wie kann ich sowas nicht treffen? Ja, so Jetzt fühlst du dich wie ich mich Immer fühle, Alter Oh nein Das war so dumm Das war so dumm Aber er trifft auch nicht Alter Die sind genauso schlecht Wie wir Ja, wirklich Aber wir können auch von Glück reden Geht Oh ja Oh ja Ich bin ein bisschen schreckt Aber, ja, okay Alles klar Oh Ole ole Ey, wir spielen wirklich gar nicht so schlecht Also, na ja Oh ja Oh ja Oh nein Für dich Scheiße Schade Ja, wirklich Aber guck mal Guck mal Guck mal Ich bin nicht da, Myking Du musst mit mir reden Ja, hab ich ja Hab ich gesagt Guck mal Du hast Und dann hast du nicht gekriegt Und jetzt gibt's ein Tor gleich Oh nee Nein Boah, aus dem Glück sind die auch so scheiße wie wir Ja, nein Ey, hast du das mitbekommen wegen GLP? Ist jetzt wahrscheinlich schon eine Weile her, seit Er hört auf mit YouTube Echt? Auf eine unbestimmte Zeit Geht in Rente? Ja, so Geht in Rente Ja, einfach mit Keine Junge, der hat safe genug verdient, um in Rente zu gehen Ja, ja, ganz ehrlich Und hat er einen Grund genannt, oder? Ja, er ist halt gesundheitlich nicht so am Start Der ist auch ständig krank gewesen damals Ja, eben Und deswegen Hat er jetzt gesagt, er nimmt mal eine Auszeit auf unbestimmte Zeit Einfach mal nix mehr Vielleicht fängt er irgendwann mal wieder an Der weiß es noch nicht Aber Ist halt schade, weil ich bin halt auch so ein bisschen Es hört sich so dumm an Aber ich bin auch ein bisschen mit ihm groß geworden Halt einfach mit seinen Videos Das stimmt bei mir auch Aber ich hab ihn dann irgendwann nicht mehr geschaut Es ist so Ich bin mit Palut, Maudado, Zombie und GLP groß geworden Ja, ist so Und hab viel geschaut so Ähm Und Sagen wir es so Ich find's schon schade, aber Ja Ich schau ihn schon seit Locker zwei Jahren nicht mehr Ja, ja Ich schau ihn auch nicht mehr so aktiv Allgemein YouTube Ich schau generell Leute wenig Oh Loll Ja, das Ding ist Ist es glaub sowieso so Irgendwie Es hören immer mehr YouTuber auf Die man so Bessere Chancen für uns Ja wirklich, aber das denk ich mir auch Ich glaube einfach Wir lösen die halt Also Klar, wir sind das noch nicht fame So, aber ich kann mir vorstellen Irgendwann werden wir die halt einfach ablösen So Ja, es ist ja halt Die werden halt auch nicht jünger Mhm Okay Oh Haben wir gerade beide den Ball Haben wir alle den Ball Wie jungerig sind wir alle Oh mein Gott Das ist ja so schlimm Aber alle kein Aim Ja, aber wirklich Wie wir gerade alle einfach Ja, nicht getroffen haben Oh mein Gott Das gibt ein Tor Nein Oh Gott Ich dachte Ich hab nicht mal ne Vorlage dafür bekommen Es war mein Ball Der von da oben kam Ich hab den doch hingepasst Ach, weil der Typ nochmal dran war Ja, schade Schade drum, ja Schade, wirklich Aber ich mach ihn einfach rein Oh Junge Das hättest du nicht klauen müssen Ja, nee Aber der wäre nicht rein Der wäre nicht rein Das wäre Junge Wahrscheinlich wäre der nicht reingegangen So, jetzt ist das noch safe Na, jetzt passt vor unser Tor Oh Scheiße Junge, jetzt schießt du mich auch noch weg Du hast dich doch vom Tor weggeschossen Ja, ich weiß Guck dir das an Das ist so richtig dumm Ich hab so ein Nitro Und du schießt Ich hab so ein Lust, Alter Was, Alter Das 4-Ball hat uns gef... Oh nein Ja, nein Oh mein Gott Einfach nur für die Watchtime Nein Das ist kein Problem Nein Ja, ja, ja Mein King, mein King, mein King Ja Ja Oh nein Oh nein Oh nein Red, wo bist du? Nein, das ist ein Schade Okay, die Rollerrunde wird sowas von raus Nein Ja, ich hab's gemacht Leute, wie viel Glück, dass wir auch haben Oh Nö, 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 nö Nein, das ist nicht dein Ernst Ja Nein Ich bin hier nicht gesprochen Nein, das gibt mir auch noch beide die selbe Idee hatten Der My King ist ein Rentner, der geht eigentlich mit den Hühnern ins Bett Ja, wirklich Das Ding ist aber Ich hab's halt nur zum Bett, ne Ich hab das halt so gebaut Oh mein Gott Wie dumm Naja, auf jeden Fall Ich hatte schon eine eineinhalb Stunden Hitman Session hinter mir Das war auch High Intense Video kommt, Leute Ich weiß nicht welches zuerst kommt Wahrscheinlich das hier Und, ähm, jo Wer ist das dein scheiß Ernst? Das ist eigentlich nicht lustig, weil eigentlich wärs dein Tor gemiesen und ich hab dich einfach gekickt. Oh nein, du bist einfach so eine Maschine Red. Und ich vorne, und ich mach die Tore. Scheiße oder auch nicht. Komm Red, jetzt musst du aber. Ja ich bin hinten, ich vorne. Ja guck, ja guck. Teamplay, Teamplay. Jaja. Jaja. Loll, schon wieder. Ja. Leute, unser zweiter Sieg in Folge natürlich. Wir können das Spiel noch mal kurz zusammensitzen und auf Discord mal kurz gucken. Nein. Wie das aussieht wegen der Messe. Oh. Äh, generell ums. Okay. Leute, ich übernehme hier mal ganz kurz die Abmode, denn Red sein Gehirn ist so ein bisschen am Fallen irgendwie gerade. Keine Ahnung. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut auf beiden Kanälen vorbei. Lasst auf beiden Kanälen ein Like und ein Abo da. Schaut auf jeden Fall wieder vorbei. Und dann würde ich sagen, hast du noch was zu sagen? Nö. Okay. Dann war's das. Bis zum nächsten Mal Leute. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.